Konnichi-wua! Jetzt habe ich die Kaby festgehalten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir schauen noch mal japanische Werbung an! Das ganze Video ist wieder von JapanThing. Er ist unten verlinkt und schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Er hat auch Patreon, könnt ihr gerne mal hinschauen. Das ist der neue Shit Patreon. Ich würde sagen, wir starten in 3, 2, 1, let's go! Oh, Motion Capture, hm? Tropicana, Fruits-Vegetable. Ich... ja... schmeckt wie Moos. Ah, das ist... ja... schmeckt wie Moos. Ah, das ist... ja... Schon cute, oder? Das war der jetzt ein aggressiver Schrei, oder was? Okay. 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 Oh, Ice Cream. More! More Ice. Ich habe das hier. Ich habe die schön Energie. Ja, macht euer Herz kaputt. Fresst mehr Energie. Das ist ja geil. Ganz schön lang die Werbung. So cool. Ah, okay. Ah, ja, 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 okay. Nicht schön, ist auch mit am Start, ist doch klar. Krass, ey. Was sind denn geile Lieder, die immer haben, ey. Sieht aber so schön aus dort. Hä? 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 Ja. Hä? Hä? Das schmeckt aber ziemlich geil, ohne Scheiß, das schmeckt echt geil. Alter, ist der Fippo, der schmeißt hoch. Oh man, ich lieb die Werbungen einfach. Leute, bald bin ich in Japan, bald bin ich in Japan und ihr könnt gerne mal noch sagen, was wollt ihr denn dort gerne sehen? Wir sind erst in Okinawa, dann in Osaka, dann in Nagoya, dann in Tokio und vielleicht gibt es ja irgendwas, was ihr noch gerne sehen wollt, was euch noch interessiert. Ich werde dann auch wieder Videos raushauen, Danko Manikev auch. Und deswegen, da gibt es wieder ganz feinen Content zu Japan. Es gibt ja auch schon eine Japan-Playlist zu den letzten Besuch von letztem Jahr. Könnt ihr gerne reinschauen und vergesst nicht Patreon einzuschalten, denn dort gibt es exklusiven Content für euch, auch wenn ihr nichts bezahlt. Alright! ZAYENNAH! 했어**